Musik Guten Morgen, ihr Landratten. Hier ist euer Kapitän zur See Brassmann. So viel Zeit muss sein. Meine Herren, meine Jungs, alle tut bei mir. Also, kurze Erklärung zum gestrigen Tag. Ich saß hier in meiner bescheidenen Behausung und plötzlich habe ich so Wasserplätschergeräusche gehört und habe gedacht, Mensch, was zum Geier ist denn hier los? Ich habe mich mal hochbequemt und meine Wohnung inspiziert und sah dabei, wie Wasser von meinen Wänden ran. Also, so schön, so runtergelaufen ist. Ich dachte, was ist denn hier los? Geguckt, geguckt, geguckt. Klar, konnten wir von oben kommen. Bin voller Panik nach oben gelaufen in die Wohnung. Da waren irgendwelche Handwerker am Küche einbauen und haben dabei in der Küche bei der Installation von was auch immer das marode Eckventil abgerissen. Ja, und da niemand einen Absperrhand im Keller gefunden hatte, ist der Scheiß gelaufen, gelaufen, gelaufen und gelaufen. Und ich habe dann gesagt, Jungs, bevor ihr hier gar nichts auf die Reihe bringt, rufe ich mal lieber die Feuerwehr, die dann auch relativ zügig kam. Die haben dann hier ein bisschen technischen Support geleistet, haben irgendwie dann doch den Absperrhand gefunden. Und ja, dann haben die freundlichen Herren von der Feuerwehr auch so einen Spezialsauger mitgehabt und mit dem ließ ich das Wasser recht gut wegsaugen. Nochmal ganz dickes, großes Lob an die Jungs von der Feuerwehr, haben so feine Arbeit geleistet. Ja, und dann ging es an die Feinarbeit, auf Tütschen, auf Tütschen, auf Tütschen. Hat alles eine ganze Weile gedauert, war aber alles lösbar, alles gemacht. Eine Freundin von mir hat mir noch dann geholfen, also es war dann relativ zügig gelöst, das Problem. Was ich nicht gedacht hätte, dass es so fix ging, also das Wasser da zu entfernen. Es hat auch nur das Wohnzimmer erwischt, der Rest ist alles trocken geblieben. Ja, wir brauchen weder einen Spenden-Stream noch sonst irgendwas. Ich hatte natürlich auch übelste Panik, weil ich habe mir gedacht, Scheiße, fuck, der Handwerker war es nicht, das Haus war es nicht, niemand war es und du wirst auf den Kosten sitzen bleiben. Nee, das läuft anders, nur falls es jemanden interessiert. Wenn du eine normale Haushaltsversicherung hast, bezahl die das erstmal und nimm dann eventuelle andere Verursacher in Regress. Also ich habe damit gar kein Problem, kommt irgendwann nächste Woche der Gutachter, da wird das alles in Augenschein genommen und keine Ahnung, da würde ich das alles angucken. Also keine Panik, ich brauche keine warmen Decken, ich habe auch in meiner Wohnung übernachtet. Wie gesagt, es ist alles ein bisschen gespenstig und ein bisschen komisch. Das Licht habe ich natürlich jetzt aus dramaturgischen Gründen aus gemacht, das Licht funktioniert ganz normal. Es hat zwar ein bisschen gepritzelt und gepratzelt, als ich das Licht das erste Mal angemacht habe, weil die Steckdosenleisten alle ziemlich im Fußboden nähe sind. Aber prinzipiell, es geht alles, funktioniert alles und keine Panik. Ich wollte mich nur bei euch bedanken für euren Support, weil ihr mir, wir haben bestimmt zehn Leute geschrieben, hier, ich kümmere mich und ich bezahle dir nur Tell und dies und das. Nee, war alles nicht nötig und nein, ich brauche auch keine Spenden, es zahlt alles die Versicherung, also alles im grünen Bereich. Ich habe übrigens auch mittlerweile meine Paypal-Adresse gelöscht, in meiner Kanal-Info. Also alles im grünen Bereich. Alles gut, macht euch keine Sorgen. Alf geht's gut. Alf ist ein Schwimmer und kein ist Schwimmer. Ich wünsche euch was, vielen Dank und das Paddel ist auch rechts. Bis dahin, tschü Jungs und Mädels, danke.